So, hallo vom Tempelhofer Feld. Hier ist eine der Start- und Landebahnen. Und auch noch das Terminalbäuter. So sieht es hier aus. Und jetzt besuche ich dieses Übungsflugzeug da drüben. Und da drüben ist auch schon das Terminal. Und da drüben ist auch schon das Terminalbäuter. Das ist ein bisschen vieles. Und da drüben ist auch schon das Terminalbäuter. Untertitelung des ZDF, 2020